Grüüüßese! Ja, sehr komisches Setup hier. Ich habe mich zu etwas Neuem entschieden. Also hinzukommen zu der Minecraft Hardcore-Challenge und zwar ist es ein einziger Block. One Block. Ich habe keine Ahnung, ob das eine gute Idee ist, das jetzt schon zu starten, weil mir diverse Kernelemente vom Wissen her fehlen bei Minecraft. Ja, aber ich glaube, das könnte eine ganz lustige Sache werden. Mal gucken, ob ich das, ob ich das surviven kann und wie das Ganze funktioniert. I mean, es ist logisch, dass ich jetzt erstmal das Blöcklein... Oh, ich habe einen Block abgebaut und habe schon das erste Achievement, dass wir hier erstmal die Blöcke abbauen. Und jetzt kann ich hier die Plattform erweitern und aus dem Block, hier kann ich eigentlich, wenn ich das richtig verstanden habe, immer wieder neue Blöcke rausholen. Oh, dass das randomized sich, glaube ich, dann auch irgendwann, I hope, bin mir nicht ganz sicher. Mal schauen, jetzt ist es nur Dreck. Immer noch nur Dreck. Das Problem ist, die Blöcke fliegen einfach weg. Ich sollte vielleicht mal die Plattform hier erweitern. Aber irgendwie... ...kommt hier nur Dreck raus. Ist das so gewollt? Oh, Step 1. Fortschritt. Okay. Ah, mein erster... ...mein erster Dingblock. Nice. Mal gucken, was für ein Layout ich mich hier entscheide. New Journey. Okay. Ja, dann holen wir uns doch den ersten Dreck... Oh, jetzt dachte ich gerade, der ist runtergefallen, ne? Okay, 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 okay. Ja, erstmal ein bisschen... ...ein bisschen Wurz. Das ist ja vielleicht gar nicht mal so... ...schlecht. Und wieder Gras. Was ist das? Moosblock? Ich habe keine Ahnung, was ich mit einem Moosblock machen kann. Da fängt es schon wieder an. Und wieder ein Moosblock. So, dann würde ich mal mit den Standardsachen erstmal beginnen. Bergbank, Stecker... Ich glaube, da können wir direkt ein paar mehr machen. Ähm... Ja, ich glaube, das kommt erstmal gar nicht so groß drauf an, wo ich das hinsetze. Machen wir hier eine Holzaxe... ...und eine Holz... ...Spitz-Ecke? Spitz-Acke. Okay. Spitz-Acke. Ähm. Oh, bleib hier. Bleib hier, bleib hier, bleib hier. Schon wieder ein Moosblock. Was soll ich mit den Moosblöcken anfangen? Da gab es doch noch keine Rezeptaktualisierung, ne? Also, da muss ich mal... Da muss ich wirklich mal gucken, was ich damit kann. Wasser wäre vielleicht mal eine coole Sache. Ne? Aber bisher... Ja gut, das sind jetzt halt erstmal Baublöcke. Ich weiß halt nicht, ob das random ist, was hier rauskommt. Oder ob das fest reingecodet ist, tatsächlich. Ich habe das Ganze runtergeladen von... ...von, äh... ...Curse... ...Fort... ...Nee... ...Fort... ...Fort... ...Curse-Fort... ...Curse-Curse-Mod... Ach, irgendwie so eine Seite. Ich verlinke es auf jeden Fall unten, wo ich den... ...wo ich den Mod herhabe. So. Zack. Gut, dann machen wir uns auf jeden Fall noch ein Kistchen. Einen Block lasse ich mal da und schaue mal, was ich mit dem machen kann. Das brauche ich für meine Erweiterung. So, kann ich mit dem irgendwas... ...Anfangen. Moos. Nicht, dass ich wüsste. Okay, das werde ich dann wahrscheinlich auch rausfinden müssen, was die Blöcke können. Weil ich weiß es wirklich nicht. Also mehr als... ...als die Blöcke habe ich bisher jetzt noch nicht bekommen. Hier, man sieht es auch, das Ganze hier erweitert sich auch ein bisschen. Wenn ich das richtig gesehen habe. Ich weiß nicht, zu welchem Zweck, aber... ...man wird es sehen. Also sowas wie... ...wie... 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 ...Wasser oder Lava... ...wäre halt schon eine coole Sache. Also ich hoffe mal nicht, dass hier nur diese Blöcke rauskommen. Aber das sieht leider so aus, als ob. Ich glaube, ich erweitere jetzt erstmal die Plattform hier jeweils um zwei. Vielleicht muss ich auch Achievements freischalten. ...oder Sachen freischalten. Damit sich die Blöcke da... ...da erweitern. Ja. Gucken, was... ...was ich da für ein Gesamtshape mache. Ich stelle mir so eine Art Kuppel vor später. Eigentlich können wir es direkt nochmal um... ...ne, ich habe keinen Dreck mehr, hä? Okay. Scheiße, welcher war es jetzt? Der hier. Nee. Was ist der da was? Ah. Stein wäre mal was Schönes. Gib mir doch mal ein bisschen Stein. Vielleicht muss ich auch eine Schaufel craften. Das kann ja auch sein. Vielleicht. Vielleicht liegt es da dran. Maybe. Ich weiß halt nicht, wie das Ganze hier funktioniert. Funktionen nöckelt, ne? Also... ...dass ich erstmal on-must diese Blöcke hier, ne? Leck mich... ...bin ich erschrocken, Alter. Ach, du ahnst es nicht. Okay. Äh... Das habe ich auf jeden Fall gelernt, dass... ...dass... ...dass... ...ne? Dich... ...dich saven war. Dich saven war, weil... ...ne. Nicht, dass mir da noch irgendwas passiert. Das ist dann nachher... ...dass nachher mein Villager weg ist. Den... ...den... ...den save ich mir jetzt direkt mal, ne? Das... ...das ist eine... ...hä? Das ist eine Lektion, die habe ich auf jeden Fall gelernt. Was ich so schnell in Villager habe, ist aber auch ein bisschen crazy, oder? Ich frage mich jetzt gerade. Aha. Okay, okay, okay. Eins, zwei... ...dorferwohler führen ihren Waren schon bis zu zweimal am Tag auf. Okay. Ich glaube nicht, mit Eisen. Das Ding, worauf ich hinausziele, ist, dass wenn hier wirklich so ein Block auftauchen sollte mit Wasser oder Lava, dass ich mir den instant snacken kann. Muss ich mir vielleicht eine Hake machen? Das weiß ich jetzt tatsächlich auch nicht, ne? Ich werde es gleich sehen. Oh, was ist das? Schlamm. Okay. Schlamm. Was kann ich mit Schlamm machen? Was kann ich mit Schlamm machen? Habe ich... Habe ich tatsächlich noch nie gesehen, den Block. Ne? Also... Äh... Wir brauchen eine neue... ...Axt. Eine neue... ...Axt. Was brauche ich denn noch, maybe? Was kann ich mit Schlamm machen? Nichts, hm? Okay. Ja, dann ist das so. Schon wieder der falsche Block, warte mal. Immer noch der hier. Ich muss mir das nachher markieren, weil sonst werde ich da irgendwo mal hart... ...hart, hart, hart reinschleißen. Ich kriege einfach... Ich bekomme einfach... ...einfach... ...keinen... ...einen Samen aus den Dingern hier raus. Oder fallen die so weit nach unten weg? Jetzt wird's natürlich auch wieder Nacht. Das ist, äh... ...ich kann halt nicht mal einen Ofen bauen, ne? Ja, er verkauft mir halt auch keinen Stein, ne? Hm... ...unvorteilhaft tatsächlicherweise. Ich seh halt auch kaum noch was. Okay. Ich glaub, ich werd jetzt erstmal ein bisschen damit verbringen... ...zu buddeln... ...bis ich hier mal was... Oh. Hello there. ...was Neues, äh... ...was Neues bekommen. Dim, 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 dim... ...der erste Setzling... ...so, für den ersten Setzling... ...wir haben jetzt 38 Blöcke. Ah, wir gehen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... ...zehn. Zehn Blöcke. Machen wir hier 1, 2... ...machen wir hier die erste... ...die erste Plattform hin. So. So, und dann baue ich mir direkt den Setzling hier irgendwo... ...so, damit ich einfach erstmal hin... ...beziehungsweise eigentlich ne doofe Idee. Kommen wir da hin. So. Weiterschauen. Und weiter geht's mit der Buddlerei. Buddeln, 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 Buddeln. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was hier gerade passiert ist. Da drüben ist ne Rakete hoch. Bist du ein Villager oder was bist du? Visiting Trader. Okay. Das ist aber was Besonderes, oder? Okay, wir haben nicht... Oh nein, wir haben zu wenig Erde. Rote Beete-Samen. Ah, ich weiß nicht, ob ich da... ...ein Hornschild? Was ist denn ein Hornschild? Plattenbruchstück. Von den Schallplatten. Leuchtebären. Die hier hätte ich halt gerne, ne? Ja, da muss ich mal kurz ein bisschen Buddeln gehen. 23 Stück sind das, ne? Ich hoffe, dass der mir jetzt hier nicht reinrennt. Und ich dem in die Fresse hau. Na komm schon. So, ich glaube, wir haben genug. Rote Beete-Samen. Dankeschön. Die save ich mir direkt. Den hier setze ich auch direkt fest. So. Ich glaube, den hier kann ich halt nicht, ähm... ...capturen. Glaube ich jetzt mal. Ähm. One-Block-Tradar. Wasser. Äh. Wasser. Okay, 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 okay. Knochenmehl. Oh, wir brauchen Dreck. Wir brauchen ganz viel Dreck. Nein! Und da ist... Oh mein Gott! Da ist der erste... ...Dingblock. Ja, pass auf. Äh, Stein. Äh. Was ist das, was ist das? Ne, brauche ich nicht. Warte. So, den haben wir nämlich schon. Nice. Okay, 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 okay. Blöcke generieren. Auf geht's. Ich brauche ganz viel Dreck. Wir müssen kaufen, kaufen, kaufen. Bevor die sich vertüdeln. Vielleicht muss ich auch irgendwie gucken, dass... Ich bin mir nicht sicher, ob die da bleiben. So, pass auf. Ich möchte gerne... Ich möchte gerne... Ich habe kaum Dreckblöcke. Warum habe ich kaum Dreckblöcke? Warte mal... Visiting Trader. Du hast nichts, ne? Zuckerrohr. 16 Steine dafür. Ja, das hier und das hier hätte ich halt schon gerne. Unser erster Villager. Da müssen wir warten, bis der neue Tag beginnt. Dann kann ich mir nämlich da... Kann ich mir da die Dings holen. Mate, du musst da weg, ne? Ich sag mal, sonst fällst du gleich durch... Welche Welt. Digga, ich... Ich habe zu viel Schiss, dass der mir da runterfällt. Bin ich ehrlich. Mach mal jetzt... Mach mal nichts so? Genau. Perfekt. Sehr schön. Gefährliche Momente hier, Alter. Ich hoffe, dass ich bei dem anderen gleich dann einmal... Ja, so langsam, so langsam geht es voran hier mit neuen Blöcken. Sehr schönen Dreck haben wir auch wieder. Ey, das macht... Das macht... Also, das macht wirklich komischerweise ultra viel Spaß. Obwohl das eigentlich einfach nur ein doofer Block ist. Okay. Zack. So. Ähm. Bin ich beim richtigen? Hier holen wir uns einmal das Knochenmehl. So. Dann war bei dem hier... Der kann noch nicht. Weizen. Das bringt mir noch nichts. Haben wir bei dir irgendwas, was ich gebrauchen könnte? Kann ich hier nicht scrollen? Nee, noch nicht. Okay. Das, 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 das. Wir speichern das Zeug jetzt hier erstmal rein. Oder? Warte mal. Fünf. Der Wasserblock wäre halt geil. Wir brauchen auf jeden Fall fünf Eisen. Oh, warte mal. Wir könnten natürlich, 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 natürlich direkt mal den hier machen. Ähm. Und dann... Kräften wir hier uns erstmal ein bisschen, äh, Holzkohle. Ah, das war der richtige Block. Okay. Ähm. Das wird super. Okay. Und dann... Das ist gar nicht so schlecht, dass ich in meiner Hardcore-Challenge tatsächlich, ähm... Das mit den Villagern alles mir schon angeguckt habe. Weil sonst wäre ich jetzt maßlos überfordert wahrscheinlich dann. Ich hätte auch nicht gewusst, dass ich die speichern muss. Weil die wären mir 100% hier irgendwo vom Ding gekippt. Safe. Zu 100% wären mir die irgendwo runtergekippt. Ah, dass wir halt keine Weizen-Samen bekommen. Das nervt mich ein bisschen. Die Frage ist, ist das mit Absicht so? Mit der Drop-Rate. Und... So. Hast du wieder Bock? Für dich ist noch nicht neuer Tag, hä? 16. Ein Zuckerrohr. Könnten wir uns organisieren. Ein Ei. Mit fünf Steinen. Kaufen wir. Kaufen wir. Was brauche ich denn noch? Oh, Mil haben wir. Das haben wir. Aber mit den Eiern... Mit den Eiern ist es halt wahrscheinlich, äh, einfach nur ein Glücksspiel. Ach, shit. Ob wir da vielleicht mal einen Huhn oder sowas rausbekommen. Da bin ich mir nicht sicher. Ne, warte mal. Das war die Schaufel jetzt, ne? Genau. Okay. Aber das bedeutet, ich müsste mir eigentlich schon mal einen Bereich fertig machen, wo ich die Viecher dann speichern kann. Weil die fallen mir definitiv von der... äh, von der... von der Kante hier runter. Ich hole mir jetzt noch ein paar Blöcke. Da werde ich dann auf jeden Fall so einen Cobblestone-Generator bauen müssen. Und, 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 ja. Das, äh, wird interessant alles. Nice. Oh, sehr, sehr schön. Viel Cobblestone. Und, peng. Wie wenn ich's gewusst hätte. Ähm. Ne, wir gehen jetzt erst... Ne, wir gehen hier schon mal auf, 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 auf Eisen. Äh, auf, auf Stein. Immer noch nicht. Bist du? Oh. Kann ich hier irgendwas mit dem kaufen? Ich hole mir hier, glaube ich, vier Setzlinge davon. Und da brauchen wir noch ein bisschen mehr. Ohne die Villager wäre das wahrscheinlich fast gar unmöglich, ja? I guess. Das ist aber ganz gut, weil das, das mit diesem... Die Villager-Cureen, das, äh... So. So. Okay. Ähm, das Zuckerrohr haben wir bereits. Ich brauche unbedingt diesen Wassereimer. Unbedingt. Drei haben wir. Der hat immer noch keine Lust. Was braucht denn der? Das ist einfach nur Holz. Okay. Da drüben machen wir so eine Art, ähm... Für die Wälder. Was war das jetzt? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Eins, zwei. Drei. Ne, das war Fail. Ich möchte schon, dass das nachher ordentlich aussieht. Momentan sitzt es nämlich noch... Also es sieht so furchtbar aus eigentlich. Okay. Hier tun wir dann die... Warte mal. Warum habe ich den Erfolg Foundland... Habe ich Land gefunden? Ne, oder? Ne. Ne, ne, ne. Da ist nichts. So, was ist hier los? Immer noch nicht. Ha, mate. Warum nicht? Der hat halt einfach keinen Bock, ne? Ähm. Ne Axt brauche ich. So, dann können wir hier eigentlich schon mal... Das hier raus. Das behalte ich. Wir nehmen hier mal zwei rein. Das Eisen hier rüber. Okay. Weiter geht's. Rudeln, bis der sich entscheidet, dass ein neuer Tag ist. Hä? Oh, Bruder! Der Platz hier wird langsam ein bisschen begrenzt. How? The trainer will arrive with the mob next time they visit. Bruchstein. Weizenkörner. Nein! Ich hab meinen ganzen... Ah! Ah, ja. Bleib mal da bitte drin sitzen. Ist für dich schon neuer Tag? Du bist ein Sack. Du bist einfach ein Sack. Okay, wir... Ich, ich... Ich brauch Dreck. Komm, ich brauch Dreck. Komm, 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 komm. Bevor der dann Abgang macht. Okay, okay. Neun. Okay, die Challenge macht mir jetzt schon unheimlich viel Spaß. Muss ich einfach zugeben. Muss Leute vielleicht näher dran sein. Sonst bangen wir die Blöcke unten raus. Die Frage ist, kann ich mir nachher mit einem Wassereimer den Weg so scheppern, dass ich von unten die Blöcke abbauen kann? Und vielleicht noch unten erweitern? Wäre vielleicht dann so schlecht. Das wird dann so ein Drahtseil-Akt. Ich seh das schon. Jesus, das wird super uns beschissen. Habe ich jetzt dann langsam genug Dreck? Ich glaub... Ja, doch. Sollte eigentlich mittlerweile reichen. Äh, du warst das, ne? Ne. Du warst das. Weizenkörner. Hä? Hä? Mir fehlt genau ein Block. Da ist er. Äh, Weizenkörner. Dankeschön. So, jetzt brauchen wir dann nur noch das Wasser. Das ist das. Was ist das? Oh, nice, 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 nice. Ich mach mir meine Fackel, damit es nachher nicht so dunkel ist. Ich brauch genau zwei Eisen brauchen wir noch, damit ich bei dem anderen das Ding kaufen kann. Na, komm. Sau coole Challenge. Okay, was hast du? Ne. Der ist weg! Der ist weg! Och. Äh. Der hat mir die Eisenbarren verkauft. Ich war nicht schnell genug. Scheiße. 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 Äh. Wasser wäre ein, ein sehr, 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 sehr gutes, äh, Upgrade. Na, ja. Ja. Ja.